Der Aufstieg des VfB Stuttgart ist schon wieder einige Tage her und damals, an diesem Sonntag, nach dem Spiel gegen Darmstadt 98, wurden einige Fragen beantwortet. Klar ist, Mario Gomez spielt nicht mehr in der Fußball-Bundesliga und tritt auch sonst nicht mehr gegen den Ball. Klar ist auch, der VfB ist wieder Erstklassig, die Fans dürfen sich wieder auf Bundesliga-Fußball in weiß und rot freuen. Alle Fragen damit beantwortet, noch lange nicht. Es geht aufgrund der Corona-Krise natürlich nach wie vor um Dinge wie, wann startet nun definitiv die Saison, wann fährt der VfB ins Trainingslager und vor allem, welche Mannschaft tritt im nächsten Jahr in der Bundesliga für den VfB Stuttgart an. Aber es gibt auch weitreichendere Fragen, Zukunftsfragen, die wichtigen Zukunftsfragen dieses Vereins, dieser VfB Stuttgart AG, die für den Profifußball ja verantwortlich zeichnet. Diesen Fragen wollen wir uns mit unserer Redaktion in den nächsten Wochen, in denen der Fußball zumindest hier in Stuttgart auf hochklassigem Niveau pausiert, widmen. Wir recherchieren, wir sprechen mit den Leuten, mit Vereinsvertretern, aber natürlich auch mit externen Experten rund um den Verein, auch tauchen ein in das ein oder andere Thema und wollen eben Fragen klären wie, welche Bedeutung hat der VfB bundesweit, überregional, welche Strahlkraft hat er denn wirklich, die immer wieder vermittelt wird hier vor Ort. Was sind die Erlösquellen der Zukunft? Wo kann der VfB seine Finanzierung im Künftigen sichern? Oder auch, wann kommt der nächste Mario Gomez? Also, wie sieht es in der Nachwuchsarbeit aus? Diese und andere Fragen wollen wir in den nächsten Wochen, bis dann die Saison tatsächlich wieder in den Startlöchern steht, angehen. Mit unserem Team diese Fragen recherchieren, Antworten suchen, Gesprächspartner zu den jeweiligen Themen finden und euch, liebe Userinnen und User, dann wirklich umfangreich und kompetent zu informieren. Das machen wir in unseren Printausgaben, in unseren digitalen Kanälen und immer wieder natürlich auch mit multimedialen Formaten, mit datenbasierten Stücken und hoffen euch, die Zeit, bis die Kugel dann wieder rollt, so kompetent und wissenswert verkürzen zu können. Wir wünschen schon jetzt viel Spaß dabei!